Musik Wir sind Lohnunternehmen Steimle aus Holzhausen. Wir haben unser Lohnunternehmen 1986 gegründet. Wir haben uns spezialisiert für Lohnarbeiten und Feldarbeiten, für Milchviehbetriebe, Rinderbetriebe und Biogasbetriebe. Unser Fuhrpark besteht aus vielen Maschinen. Da gehört auch unser Selbstfahrmähwerk dazu mit Intensivaufbereiter, 9,70 Meter Arbeitsbreiten und Schwarzusammenführung. Dann haben wir einen 15 Meter Großflächenschwader, fünf Feldhäcksler zum Grassilieren, Maissilage und GPS-Silage. Silowalzen tun wir mit einem Schlepper und mit zwei Glas Xerion. Außerdem haben wir noch eine CCM-Mühle und einen Selbstfahrgülletrack. Was uns ganz viel ausmacht, ist unsere Technik, weil da sind wir immer einen Schritt voran. Sei es auch in der Gülleausbringung, wo wir über Stickstoff ausbringen können, auch Phosphor-Kali, so dass die neue Düngeverordnung verlangt. Bei einigen Maschinen können wir auch unter der Ernte eine Ertragskartierung machen. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn was sein sollte, dann können wir mit unserer hauseigenen Werkstatt schnell reagieren, wodurch wir dann auch unsere Termine einhalten können. Wenn wir auch ihr Interesse geweckt haben, melden Sie bei uns, weil wir haben für jeden die passende Dienstleistung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017